Diese Blumen, das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist Rote Beete. Das ist Fenchel. Die Sonnenblumen, ja. Hier ist der Kohlrabi. Die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen, im gastlichen Haus verliebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländern gehören. Im Osten steht unser Morgen. Riechen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Heiliger. 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 Untertitelung des ZDF, 2020